Hier schauen wir mal, wie wir weitere Eingrenzungen vornehmen können. Ich habe jetzt hier standardmäßig Select alles aus der Schülertabelle. Wehmen wir mal den Befehl Limit für Limitieren und geben den Wert 5 ein. Jetzt dürfte er die Tabelle auf die ersten 5 Positionen filtern. Schauen wir mal, ob er das macht. Macht er auch. Er gibt jetzt die ersten 5 Datensätze aus. Wenn ich die 5 ändere in 10, dann gibt er die ersten 10 Datensätze aus. Gut. Limitieren machen wir weg. Jetzt schauen wir uns Ordered By an, also praktisch die Sortierung. Und jetzt müssen wir eine Spalte angeben, nach was er sortieren soll. Die Identifikationsnummer, da ist ja schon eine Sortierung vorhanden. Jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir die Vornamen sortieren lassen. Also wählen wir hier Vornamen aus. Also hier ist alles ausgewählt von der Tabelle Schüler und sortieren bei dem Vornamen. Jetzt müssten also hier oben die Schüler mit A, falls welche vorhanden sind, sind auch, hier ist schon der erste Schüler mit A, der mit A beginnt, müssten also hier die Schüler mit A anfangen. Ich löse das Ganze aus und das ist auch der Fall. Hier wird entsprechend sortiert und man kann das auch erkennen, indem die ID-Nummer jetzt in einer anderen Reihenfolge auftaucht. Wir können das Ganze auch ändern. Machen wir mal die Nachnamen draus. Jetzt ist der Nachname alphabetisch sortiert. Die ID-Nummer hat sich auch wieder entsprechend verändert, weil ja jeder Datensatz zusammenhängt. Dann schauen wir uns die einzelnen Aggregate an. Hier müssen wir auf diesen Stern klicken. Dann kommen wir zu dieser Aggregatsfunktion. Und hier gibt es verschiedene. Einmal haben wir hier die Möglichkeiten Mittelwert auszugeben. Also Average. Dann Count. Zählen. Minimum. Maximum. Wert. Das können wir schon aus Excel. Und auch Sum für die Summe. Das können wir auch aus Excel. Schauen wir mal, wie sich es hier verhält. Wir fangen mal mit Count an. Also Zählen. Also Auswahl. Zähle. Jetzt müssen wir schauen, was wir denn zusammenzählen sollen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Vornamen her. Vornamen. Wie viele Vornamen sind in der Schülertabelle vorhanden? Und es müssten 70 Datensätze sein. Also müssten es auch 70 Vornamen sein. Das lässt sich natürlich beliebig verändern. Also es sind natürlich dann auch 70 Nachnamen. Und es sind natürlich auch 70 Geburtsdaten. Wählen wir was anderes aus. Machen wir mal den Minimalwert. Und zwar vom Geburtsdatum. Der Minimalwert vom Geburtsdatum. Das müsste dann praktisch das kleinste Datum sein. Also hier wird auch der Wert entsprechend nach der Größe ausgewählt. Das heißt, hier wäre der älteste Schüler ausgegeben. Wenn ich das Ganze umstelle, Max, dann ist es praktisch, wenn ich wieder das Geburtsdatum auswähle, dann habe ich praktisch das größte Datum und dadurch dann den jüngsten Schüler gefiltert. Okay.